Da hast du dir einen von den Babypilzis geholt und jetzt ist er dir runtergefallen. Wo ist er denn? Da ist er einer von den schönen Babypilzis. Den brauchst du jetzt, ja? Was möchtest du denn damit machen? Kannst du mal hier die Seitenfläche ein bisschen glatt machen, dann kann Fräuchchen den besser verarbeiten. Die Meinung ist schon wieder runtergefallen. Da könntest du ihn aber selber holen. Erstmal noch schnell einen Snack. Yum 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 yum. Fertig? Welch Frage. Upsi, warte. Erstmal auf. Wenn du Babypilzi wieder möchtest, dann holst du es dir da nochmal ab. Okay? Hast du gesehen? Geh mal da nochmal rüber. Und da rüber. Na los, schaffst du. Hopp. Jawohl. Und hopp. Prima. Jetzt darfst du dir Babypilzi nochmal nehmen. Ist einer zu Hause? Und dann nimmst du. Na nimmst du. gar nicht richtig gesehen. Pass auf. Hier Ware doch. Hm. Hast du wohl doch schon fertig damit, hm? Babypilzi fertig? Da unten drauf. Da unten sind die Ponylocken. Vielen Dank.